Da kriegt selbst so ein hartgesottener Zyniker wie ich Pippi in die Augen, denn wir reden hier nicht von irgendeiner Band, wir reden von Urge. Und ich weiß es noch damals, ich stand noch als Joghurt im Kühlregal, da galt Hannover als die Hardcore-Hochburg auf diesem kleinen Kontinent. Und immer wenn man sich irgendwo beworben hat, dann hat man gesagt, oh ihr kommt ja aus Hannover, da kommen doch die ganzen Hardcore-Bands her. Und das ist nicht zuletzt Bands wie Urge, die Spirit Family waren das damals, selige Zeiten. Und heute sind sie hier für diesen Spaß zu haben und sie haben großartige Songs. Viel Spaß mit den großartigen Urge! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 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 2017